Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mal aufzeigen, warum ich fest davon ausgehe, dass dieses Finanzsystem in seiner heutigen Form nicht mehr allzu lange existieren wird. Deswegen habe ich euch auch das ganze Video ein bisschen provokant genannt, Finanzkartenhaus vor Einsturz. Und ich möchte auch aufzeigen, warum ich glaube, dass der japanische Yen derzeit gar so extrem unter die Räder kommt. Und ja, das soll im Prinzip der Inhalt dieses Videos sein. Und ich würde sagen, lassen wir uns dabei gut sein. Und ich wünsche wieder allen viel Vergnügen mit diesem Video und bis gleich. Zunächst aber natürlich wie immer der Risikoinweis. Alles, was ich hier wieder aufzeige und kundtue, ist meine eigene und persönliche Meinung. Jeder kann natürlich mit diesen Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung, es ist Empfehlung und ich übernehme natürlich auch keine Haftung und kein Risiko. Schauen wir uns doch das Ganze als erstes mal an. Also der japanische Yen, der ist seit 2022, also seit Anfang dieses Jahres, extrem unter die Räder gekommen. Der ist extrem eingebrochen. Der japanische Yen hat im Vergleich zum US-Dollar extrem eben eingebüßt. Mehr als 10%, so circa 15% dürften es sein. Alleine seit Jahresbeginn, je nachdem von wo aus, dass man eben zu zählen oder mit der Berechnung beginnt. Und wenn man das seit 2021 sogar nimmt, dann ist der Absturz natürlich noch viel größer. Und das Geld fließt im Moment eben wieder zum US-Dollar zurück, zum sogenannten Safe Haven, ja, also in die sichere Wertanlage, wenn man so möchte. Auch der Dollar ist natürlich eigentlich total kaputt, aber das ist ein anderes Thema. Da habe ich auch schon einige Videos dazu bei mir auf der Internetseite. Aber der Dollar ist sogar zum Beispiel deutlich stabiler wie der Euro, ja. Das habe ich auch aufgezeigt, warum, dass ich das glaube. Ich habe so eine Art innere Wertberechnung erstellt und da kann man das ganz gut erkennen und nachvollziehen, warum. Und der japanische Yen ist eigentlich für mich eine absolute totale Totgeburt. Und der japanische Yen ist eigentlich nur noch wegen dem Carry-Yen-Trade, sondern wirklich am Leben, würde ich jetzt mal sagen. Warum? Naja, die japanische Wirtschaft ist im Prinzip seit, ja, seit den 90er Jahren eigentlich in einem Dauerschlaf. Also die hat sich seit der ganz großen Blase, die wir damals, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er in Japan hatten, nie wieder erholt. Die Wirtschaft liegt komplett auf dem Boden und das seit eben mittlerweile seit gut 30 Jahren. Deswegen sind die Wirtschaftswachstumsdaten da eher, also das BIP, relativ bescheiden von Jahr zu Jahr. Und die japanische Regierung versucht das eben zu unterstützen und die Wirtschaft am Leben, halbwegs am Leben zu halten, indem sie einfach die Zinsen seit im Prinzip 20 Jahre oder seit 30 Jahre mehr oder weniger bei Null lässt. Und das macht sie eben indem durch, sie immer wieder neues Geld im Markt bringt, immer wieder neue Ankäufe tätigt und so kann man sich dort eben auch relativ günstig verschulden. Das Ganze hat bisher ganz gut funktioniert, eben auch den Grund, weil die Regierung da immer gleich wieder dahinter war und eben Käufe getätigt hat und weil das japanische Volk unglaublich sparsam ist. Das ist, glaube ich, das sparsamste Volk der ganzen Welt. Ich habe schon irgendwann mal die Zahlen, ich glaube, die sparen knapp 26 Prozent, zumindest vor ein paar Jahren war das noch so, ihres Einkommens. Und sie investieren vor allem gerne im Inland. Das heißt, die investieren gerne in japanische Staatsanleihen, auch wenn die nichts mehr abwerfen und geben das Geld letztendlich in Japan für Investments auch aus, auch natürlich für einen japanischen Aktienmarkt zum Beispiel. Und so, weil das Volk auch eben in dem Bereich etwas Besonderes ist, hat es eben sehr lange funktioniert. Und jetzt könnte eben der Zeitpunkt gekommen sein, wo das Ganze vielleicht nicht mehr funktioniert. Aktuell ist es halt so, damit man auch versteht, warum das Geld aktuell nach Amerika mitfließt. Also man muss eben wissen, wenn man da drüben sich im Geld leiht, dann zahle ich keinen Zins da drüben. Das hat die japanische Regierung eben deswegen gemacht, damit eben, wie gesagt, die Wirtschaft am Leben erhalten bleibt. Aber ich kann ja das Geld nehmen, in US-Dollar umtauschen und damit in Amerika mir praktisch, nehmen wir mal eine festverzinsliche Anleihe aussuchen, die im Moment in Amerika trotzdem knapp irgendwas um die zweieinhalb Prozent abwirft. Das heißt, ich bekomme kostenlos, ohne eigenes Geld, weil ich einen Kredit dort drüben aufnehme, zweieinhalb Prozent Zinsen für nichts. Das ist für sehr reiche Menschen natürlich sehr lukrativ. Deswegen machen die das auch. Und dadurch verkaufen sie den japanischen Yen immer mehr ab. Und der US-Dollar bekommt dadurch immer mehr Stärke, weil natürlich eben mit dem japanischen Yen eben US-Dollar gekauft wird. Das ist ein Grund. Also es spielen eigentlich zwei Gründe mit rein. Oder eigentlich nur ein Hauptgrund. Der Hauptgrund und der Auslöser für die ganze Geschichte ist eigentlich die US-Notenbank, die FED, die eben die Zinsen da drüben erhöht. Und die zehnjährigen Anleihen gehen da eben durch die Decke. Aber auch natürlich 30-Jährige und andere Anleihen natürlich auch. Und die Zinsdifferenz wird einfach immer größer zwischen Japan und USA. Das werde ich auch gleich aufzeigen. Zunächst aber möchte ich aufzeigen, wie schlimm es wirklich um Japan bestellt ist. Also Japan ist hier in der Spitze der verschuldeten Länder. Also 264 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sind die verschuldet. Danach kommt gleich Sudan, Griechenland. Und selbst Griechenland, ja, ist mittlerweile hinter Japan zu finden. Die Zahlen werden wahrscheinlich immer ganz aktuell sein. Aber im Verhältnis, denke ich, wird sich nicht wirklich was verändert haben. Dann auf Platz 5 folgt dann auch schon Italien. Also dass man mal sieht, wie kaputt auch unser Euro bereits ist. Ja, auch Portugal ist damit zu finden. Frankreich, Spanien wird natürlich dann auch irgendwo in der Liste mit drin sein. Ich habe die Liste schon mal vollständig veröffentlicht. Glaube ich, waren damals 40 Länder, die ich veröffentlicht habe. Hier jetzt einfach mal die Top 14. Da hat sich nicht viel geändert, ja. Aber dass man mal sieht, wie krass Japan verschuldet ist. Und dieses Kartenhaus ist eben wirklich kurz vorm Einstürzen. Sondern das Problem ist einfach, und Japan hat sich ja scheinbar auch schon mit Amerika getroffen, um eben Amerika zu bitten, dass sie eben die Zinsen nicht weiterhöhen. Denn das Problem wird natürlich immer mehr verschärft, die Höhe, dass die Fed die Zinsen dort drüben anhebt. Und je höher die Zinsen in Amerika sind, desto interessanter wird es natürlich, in Japan sich zu verschulden und in Amerika dann Anleihen zu kaufen. Und eben so kostenlose Rendite mehr oder weniger zu erzielen. Und es gibt dann so einen schönen Spruch, es gibt keinen Gratis-Lunch, also es ist There is no free lunch, heißt so schön auf Englisch. Und normal gibt es den nicht. Und meiner Meinung nach steht eben deswegen auch dieses Kartenhaus, dieses Finanzwelt-Kartenhaus langsam vor dem Einsturz. Und nicht nur Japan hat hier ein Problem, auch die Chinesen haben das allergleiche Problem. Auch die haben ein Problem damit, dass die Fed gerade in Amerika die Zinsen extrem erhöht, da eben das Kapital abfließt, nach Amerika fließt, dort in die Anleihen reingeht. Und ja, das bringt natürlich solche Länder, die ohnehin schon Probleme haben, und ja, wirklich ins Wanken. Und das Problem besteht aktuell darin, da diese Länder eine extreme Inflation haben, also verhältnismäßig, auch Japan. Und Japan müsste eigentlich die Zinsen erhöhen, um dieser Inflation entgegenzuwirken. Damit wird natürlich auch wieder Geld zurückfließen, nach Japan, von Amerika nach Japan, weil die Zinsdifferenz geringer wird, aber, und jetzt kommt es aber, Japan kann die Zinsen nicht erhöhen. Würden sie die Zinsen erhöhen, dann würden sie die Wirtschaft komplett zum Kollabieren bringen. Und genauso sieht es auch in China aus, wo die Wirtschaft mittlerweile auf einem minimalen Niveau noch läuft. Und wenn die jetzt dort auch die Zinsen noch erhöhen, dann ist das ganze Spiel zu Ende. Das heißt, die Zentralbanken weltweit haben ein Riesenproblem. Und da sieht man auch, dass Amerika einfach mehr Luft hat. Die können die Zinsen aktuell erhöhen, hängen natürlich auch der Inflation extrem nach und müssen die Zinsen schon viel höher erhöht haben. Das habe ich ja in einem anderen Video auch schon aufgezeigt. Aber Japan kann es gar nicht. Wenn die das machen, ist Schicht im Schacht, wie es so schön heißt, in Japan. Ich habe hier mal eine kleine Aufstellung zwischen Japan und USA gebracht, dass man mal ein bisschen vergleiche. Also die Schulden sind in Japan eben 266 Prozent, USA auch 137. Leipzins ist in Japan sogar negativ. In Amerika mittlerweile bei 0,5 Prozent. Zehnjährige Anleihen sogar in Amerika bei 2,7. In Japan gerade mal bei 0,2, je nachdem, was ich mir da hole. Dann Bruttoinlandsprodukt ist eine Katastrophe in Japan. Und das ist eben das Problem. Würden die jetzt die Zinsen noch erhöhen, würden sie das Wirtschaftswachstum komplett abwürgen, ein negatives Wirtschaftswachstum vermutlich sogar haben und in Rezession bzw. sogar Depression stürzen. Amerika hat immerhin 5,5 Prozent noch BIP und die Inflation ist natürlich auch in Amerika höher. Aber die Inflation natürlich in Japan viel extremer bei so niedrigem Wirtschaftswachstum und bei so niedrigen Leitzins. Die Alternative darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Was bedeutet das jetzt auch für einen Aktienmarkt? Also wir haben im Moment eine Aktienmarktrendite von 7,9 Prozent. Und darum gehe ich ja auch davon aus, dass der Aktienmarkt demnächst auch große, große Probleme bekommen wird. Denn nehmen wir mal an, in den USA werden die zehnjährigen Anleihen bald auf drei bis vier Prozent hochsteigen. Was nicht unrealistisch ist, wenn der Leitzins weiter erhöht wird. Dann bedeutet das, warum soll ich noch in die Risikoklasse Aktien investieren, die gerade eh in einer Downphase sind, in einer Korrekturphase sind, wo ich im Schnitt in den letzten Jahren, also das ist jetzt die Zahl, glaube ich, für 2021 7,9 Prozent Rendite erzielt habe. Warum soll ich das Risiko eingehen, wenn ich risikolos durch einen Staatsanleihe von Amerika vier Prozent Rendite bekommen kann? Das wird die ganze Problematik noch mehr verschärfen, das Kartenhaus noch mehr zum Wanken bringen. Und das wird richtig, richtig gefährlich. Ich habe hier auch mal als Vergleich, dass man sieht, dass nicht nur der amerikanische Aktienmarkt total überbewertet ist, das ist ein Mie-KGV mitgebracht. Das habe ich in einem anderen Videoschau aufgezeigt. Wir sind, Mie-KGV von 15 sagt man, ist gut, ist okay, ist normal. Wir sind mittlerweile bei 35, also mehr als das Doppelte haben wir bei Mie-KGV erreicht. Das ist jetzt das Mie-KGV für München. Und dass man das mal im historischen Kontext im Aktienmarkt sieht, Auch hier sagt man, wenn man KGV-Werte von knapp 35 erreicht, ist das einfach exorbitant überbewertet im Markt. Und das müsste zur Korrektur kommen. Warum? Das KGV sagt letztendlich aus, wie lange ich brauche, um mein Geld, das ich investiere, wieder zurückzubekommen. Das sind in dem Fall 36 Jahre. 36 Jahre ist einfach ewig lang. Das heißt, wenn ich in meine Jugend investiere mit 20 oder so, dann bekomme ich es halt dementsprechend erst mit 55, 56 Jahren wieder zurück. Und das ist einfach eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Und deswegen geht man davor aus, dass es einfach hoch bewertet ist. Und die letzten Blasen waren meistens bei 40, beziehungsweise knapp über 40, ja, kam es da immer meistens zu extremen Abwärtsbewegungen an den Aktienmärkten. Damit man das einfach mal in den Kontext sieht, warum, dass ich glaube, dass auch der Aktienmarkt großes, großes Problem bekommen wird, wenn die Fed weiter die Zinsen erhöht, weil einfach dann irgendwann mal der Anleihenmarkt so interessant wieder für Investoren ist, weil sie dort ja risikolos Rendite erwirtschaften können und damit immer mehr Aktienverkäufe tätigen werden, das Kapital aus Aktien abgezogen wird und das Kartenhaus noch schneller zum Platzen und zum Wanken kommt. Ich habe hier auch mal einen Euro dabei, dass man sieht, dass das einen Euro genauso betrifft. Der ist auch seit Anfang 2022, beziehungsweise auch schon seit 2021 in der Abwärtsbewegung, hat sich jetzt genauso wie der japanische Jern extrem beschleunigt seit Januar 2022, eben da auch das gleiche Problem in der Eurozone vorhanden ist. Wir haben eine extrem hohe Inflation. Die EZB müsste längst die Zinsen erhöhen, das hat sie verschlafen, kann das aber auch nicht wirklich. Warum? Das haben wir gerade gesehen. Die Länder in Europa wie Griechenland, Portugal, Frankreich, Italien, Spanien sind so hoch verschuldet. Da ist gar nicht möglich, dass ich die Zinsen erhöhe und die Wirtschaft liegt ohnehin schon brach. Wirtschaftswachstum ist praktisch null, kann man sagen. Und wenn ich jetzt in so einer Phase noch die Zinsen erhöhe, habe ich ein Riesenproblem. Und das sorgt eben dafür, dass auch der Euro gegenüber dem Dollar total abstürzt und immer mehr Kapital in den Dollarraum eben zurückfließt. Das Video wollte ich einfach mal machen, damit man sieht, was da gerade für eine Brenzlichkeit in dem Markt liegt, was da für eine einmalige Problematik vorhanden ist und dass im Moment ganz vielen die Hände gebunden sind, dass wir wirklich vor einem Kollaps stehen. Ich hoffe, das Video hat wieder ein bisschen geholfen. Bis zum nächsten Video und ja, eine gute Zeit und bis bald.